Winingen ohne Weihnachtsmarkt einfach undenkbar. Doch der alte Weihnachtsmarkt war einfach nicht mehr zeitgemäß. Ein neues Konzept musste her. Winingen im Lichterglanz war geboren. Der Weinbrunnen, der Marktplatz und die evangelische Kirche wurden hierzu in besonderem Licht erstrahlen gelassen. Außerdem wurde an einem Programm für die Besucher gefeilt. Im Weihnachtsdorf gab es von den Alphornbläsern oder auch der weihnachtlichen Blaskapelle festliche Klänge zu hören. Auch Chöre beteiligten sich an dem neuen Konzept, das einiges für die Gäste bereithielt. Planwagenfahrten, ein Abstecher zur Weihnachtsbäckerei, Kunsthandwerk hautnah erleben und vieles mehr. Außerdem zog der Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht durch das Dorf und beschenkte die Kinder. Viele Aktionen und Stände belebten die Wininger Straßen und Plätze, überraschten die großen und kleinen Marktbesucher.